Und damit willkommen zurück zum Mantle Omega. So, jetzt kommt diese Verstärkung. Das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Und mitkommen. Das ist auch eine ganz einfache Mission. Müssen wir auf ein paar Dinge hier achten. An sich nichts schweres dran. Obwohl wir nur zwei Yuris hier haben. Machen wir noch mehr. No, kill die Hunde. Die sind so blöd. Scheiße, was drauf. Müsst aufpassen, es sind überall Hunde. Ja, nicht schlimm. Hier ist noch auf dem Fabrik. Und hier unten. Ich muss das Gebiet das ganz schön aufdecken. Wir sehen die ganzen Hunde überall hier. So, kommen wir mal mit. Ich möchte gerne den... Ah, die Testatur will ich ganz gerne haben. Kann schon ein bisschen was machen hier. Hm, schade. So, haut ihn mal weg. Kommt mal mit. Ich muss sich ja schön sauber rauskriegen, die Leute. Hier kommt noch ein Wachposten an. Miskuter. Zack, weg mit denen. Weg mit denen. Komm, wir haben mal ein bisschen. So, wo sind noch mehr Hunde? Sehen wir zwei noch? Ja, komm her, komm her, komm her. Diese Minis-Fächer, ne? Die haben schon einen Nerven gekostet. Ja, fahr doch da weg. Meine Güte, wo ist denn das scheiß Problem? Genau, schön dicht am Haus vorbeifahren. Das ist genau das, was wir sehen wollen. So, jetzt rüsten wir die erstmal auf. Bevor es hier weitergeht. Gibt es auch einen kleinen Trick. Wie gesagt, ein E-Stack ist das sogar hier. Wolltet ihr euch nur merken. Für die Mission, wenn wir die spielen wollen. Zack. Wie gesagt, ein E-Stack ist das sogar ein bisschen vorne hin. Wichtig, dass die alle hier in der Nähe sind. Units promotet. Units arm, Upgrade. Units arm, Upgrade. Units arm, Upgrade. Wie gesagt, ein E-Stack ist das sogar hier. Mit den Schleifern werden wir von den ganzen Rest hier machen. Weil hier unten ist auch noch ein Hund. Sehe ich hier. Es ist immer noch ein bisschen mehr hier. Ah, nicht schlimm. Wir müssen hier ein bisschen aufladen. Oh Mann, derzeit haben wir uns was freimachen an hier. Keinen Bock, ständig da oben lang zu fahren. Das ist mir schon ein wenig zu knapp. We are going. Let's make a savage run. Some new scrap metal. Alright. Let's make a savage run. They can pure cycle. Und das ist mir auch so alt. Melvin bringt es out. Quick, Joyride. Quick, Joyride. Got any spit? Halt. Halt. We'll break him down. So, lass mir die ganze Verteidigung hier wegmachen. Let's do some body work. Hang on! The computer's angle. We are going! So, Quitter sind wieder weg. Perfekt. We are going! Let's make a selfie. Du musst dich übertreiben. We are going! Hang on! Und so viel hier Aufsehen erregen. Das tun wir sowieso schon. We are going! Let's do some body work. Sollen wir mal ein bisschen Platz hier machen? Das ist alles nur Vorbereitung hier. We are going! We are going! We are going! We are going! Natürlich, man muss immer auf den Schwachen drauf gehen, ne? Wir müssen wissen, wo die ganzen Wunen hier sind. Hang on! Wir sehen jetzt hier keinen mehr. Let's make a selfie. Kommt teilweise hinter den Bäumen her. Dann denkst du auch, ja super. Wieso ist denn nicht mit dem Schleifer langgefahren? We are going! Hang on! Hang on! Wir machen mal unser Bestes hier. We are going! We are going! We are going! Noch einer. Weg. Das darf doch reichen. Nicht da langfahren. Die Jungs sind auch noch im Panzer. Ich glaube, ihn hier kann man noch kurz mal weg. We are going! We are going! Dann können wir uns auch bleiben. Perfekt hingestellt. Machen wir uns mal die Bunker hier weg. Und hier drin sind jeweils, also es sind insgesamt drei Spione. Und die müssen überleben. Wenn die drauf gehen, müssen sie uns Wege schlagen. Und das wollen wir nicht. Natürlich. Da geht's noch einer drin. Hier ist noch einer drin. Das wollen wir mal zeigen. Machen wir es mal hier ein bisschen, ein bisschen aufdecken. Ihr seht ja hier die Fake-Sowjets. Sind jeweils immer Spione. Ich bin selber. Wir gehen! Wir sind auf der Munker. Oh, ich kenne ihn nicht, ey. Aus, 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 aus. So, da wollen wir sie mal verschwinden. Ja, so soll's auch sein. Genau so soll's auch sein. Einspielen, perfekt. So, ein Soldat. Ist da dran. Da muss ich ein bisschen aufpassen mit den Leuten. Das ist der erste. Wo war denn der andere nochmal? Kann's hier oben sein. Nein. Da ist er. Ich guck mal mit. 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 Da ist jetzt irgendwo noch ein Hund hier ist. Aber sie sieht gut aus. Building infiltrated. Objektiv complete. New mission objective received. Mine is quicker than the eye. Objektiv complete. Mission accomplished. Jo, eine ganz einfache Mission. Müssten auf ein paar Dinge hier achten. Aber ansonsten, das ist ganz schnell rein, raus. Und jo, dann wird's auch wieder gewesen sein. Da muss ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Bis zum nächsten Mal.